Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 eigentlich hier und das Passwort entfernen kann, dass der PC sich automatisch immer ohne Anmelden hochfährt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal muss ich auf meiner Tastatur hier unten diese Windows-Taste gedrückt halten und dann noch auf R klicken. Dadurch öffnet sich jetzt nämlich das Pop-Up-Fenster hier unten ausführen und da gebe ich jetzt halt mal netplwiz ein. Und das Ganze bestätige ich mit OK, weswegen ich auch schon zu meinen Benutzerkonten hier gelange. Als nächstes wähle ich mal das gewünschte Konto aus, in meinem Fall ist es dieses hier und dann kann ich nämlich hier mal den Haken bei Benutzer müssen, Benutzernamen und Kennwort eingeben rausnehmen. Das Ganze bestätige ich jetzt hier unten, indem ich auf Übernehmen draufklicke. Wenn du mit einem lokalen Konto angemeldet bist, dann können wir unseren Benutzernamen hier einfach stehen lassen und das Ganze zweimal mit dem entsprechenden Passwort von diesem bestätigen. In meinem Fall bin ich aber mit einem Microsoft-Konto verknüpft, weswegen ich hier jetzt einmal die E-Mail-Adresse von diesem Microsoft-Konto auch eintragen muss. Und dann anschließend natürlich auch hier unten drunter noch das Kennwort von diesem Konto, da es sonst einfach nicht funktioniert. Dann darunter nochmal bestätigen, so in meinem Fall. Und jetzt kann ich nämlich hier schon auf OK draufklicken. Anschließend hier unten auch nochmal das Ganze mit OK bestätigen. Und somit haben wir jetzt auch schon bei Windows 10 unser Passwort richtig entfernt und der PC wird automatisch hochgefahren. Wenn du dir jetzt übrigens das beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und auch eventuell hiervon etwas zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.